Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Copycat, wo wir in der letzten Folge von Olive einfach ausgesetzt wurden, weil sie sich nicht um zwei Katzen kümmern kann, meint sie. Dann ist es schon ein bisschen schwierig, dass sie sich überhaupt um eine Katze kümmern will, ohne irgendwie Hilfe oder so. Aber ja. Wir rennen jetzt dem Auto hinterher, oder was machen wir? Nicht Olives Auto. Die Autos seien das gleiche. Wirst du wirklich alle einzigen Einen checken? Ja. Geh auf, Dawn. Du siehst nicht so schade. Sind alles nicht Olives Autos? Und ist das ja das letzte, ne? Oh. Rosalisch. Sterbt sie gerade? Sind alles nicht Olofs Autos? Ich denke, dass wir unsere Verlusten und wieder als Wilder beginnen. Zurück zu dem originalen Plan. Was denkst du? Die Tage sind zwei Wochen. Arme Katze. Brotshäuschen. Brauchst du mich wieder? Bitteschön. Bitteschön. Ja, da klopft ein Hund an. Hallo, June. Hm. Was? Es regnet hier wie aus einem Mann. Kein Wunder, dass niemand hier ist. Toiletten? Schön, dass wir trotzdem aber Hundebellen hören. Lieber, dass wir in Kinders, äh, in Kinder morgens schreien, vorzugsweise in Schrecken fühle ich. Oh, können wir die benutzen? Katzen? Katzendinge. Mein Glück, kein Thunfisch. Wir haben irgendeinen Park gefunden. Und was war hier grad? Ah. Okay. Meta Katzendinge. Könnte ich jetzt wirklich ein Steak essen? Ja. Glaub ich. Ich hab jetzt irgendwie drei oder vier Tage nichts gegessen, I guess. Können wir da oben gucken, bei dem Burger Truck. Katzart. Ich hab deine Zunge gefressen. Okay. Oh, laufen wir hier lang. Der hat offen. Sonntags geschlossen. Oh, verdammt. Ein Basketballplatz. Halte dich vom fremden Fern, Onkel Larry hat mir das beigebracht. Okay. Jetzt glaub ich sonst nichts mehr, dann laufen wir mal über die Brücke. Kann ich nur hoch, denk ich mal. Hier Wasser scheint nicht. Tag verlassen. Tag verlassen. Komm, Katzi. Glaubst du kriegst den? Ah, ich glaub ja nicht. Das ist keine Fischkatze. Ah, Moment. Die drei brauch ich. Genau. Der Fisch kommt auch immer wieder zurück. Mhm. Mhm. Komm schon. Ich schnapp ihn dir. Hey. Butter. Butter. Gut. Essen hat sie. Trinken hat sie theoretisch auch. Der Fisch würde ich ja wohl das abmachen. Über die Brücke. Im Haus, was da steht. Okay. Kein Problem. Machen wir. Wir wollten den Park ja sowieso grad verlassen. Wie? Irgendwas, worauf wir achten muss? Nö. Ratten. Die Ratte essen. Müllfressen. Hm. Na. Mit F? Ratte fressen. Müllfressen. Das ist auf jeden Fall die Ratte. Das ist die Katze. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, nachdem sie dir deine Beute geklaut hat. Ich glaube nicht, dass sie dich cool finden. Anfreunden? Nein, schüchtern Anfreunden. Ja, war klar. Nein, ich gehörte das Fauchen. Jetzt nochmal? Man hört's grad nicht. Ähm, Y, Q, W, W. Space, S, Y, Q und W. Ich krieg ja auch noch. Muss immer mehr werden. Was? C, S, E, X, H, 6. F, D, W, W. Geht weg. Weg. Äh, Q, W, A, W, C, W, A, X. Y, X, Y, E, S, E. Sorry, das schafft man nicht. Y, X, äh, E, S, E. Jetzt verwirrt voll mit dem Z und dem Y. A, S, A, W, D. E, F, F, E, X, X, W, 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 W. Na, einfach wegrennen. Boah. Komme Katze. Ja, dann heißt's wohl neues Zuhause finden. Sonst wird das nix mehr mit keiner Straßenkatze sein wollen. Und dann rennen wir mal wieder weg. Hm, da lang. Oh, Kinder. Menschen. Menschen. Nein. Einfach zu den Menschen offen hingehen. Anscheinend nicht. Ich kann einfach nur geradeaus gehen. Mehr geht gar nicht. Ich renne nicht mehr und... Nur ne Chance? Nein. Mh, Essen. Mh, Essen. Good kitty. Do you want to come and live with me and my other cats? Chiara and Flynn will love with your friend. Ah, Chiara. Deine Mutter hat mich letztens weggescheucht. Und? Entschuldigen. Quats sont wir? Ich weiß, wie hat es fühlt sich als anwes Kate zu fühlen? Tja? 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 Keep me with him. Oh. Oh. Sag doch, die Mutter war. Das war die. Nun? Ah, unter die Bank. Also nicht wirklich trocken. So, anscheinend schlafen wir erstmal da. Oh man, armes Katziwatzi. Okay. Hm. Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel. Wusste, für die Katze noch Shelter. Okay. Ah. Das letzte, was ich glaube, ich habe, ist Finish. Das ist okay. Alles andere war eher so, ja, keine Ahnung, alle Katzen im Shelter und so kennen. Dann haben wir einen Albtraum. Über die selbe Gegend ist. Ah, anscheinend setzen wir jetzt Leinwände und Feier. Ganze Waldbrände. Ah, komm näher. Den auch. Vor allen Dingen den. Den Toastbrot Arschbacken. Kennst du es jetzt? Jetzt? Hier tut sie. Hm. 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 Arme Katze. Hm. War nicht, wo wir eingeschlafen sind? Ah, okay. Schein bleibt so da. Hm. 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 Du hast mich glauben lassen, ich hätte ein Zuhause. Oh, wieder Selbstzweifel. Du hast mich glauben lassen, ich hätte einen Platz. Du hast mich dazu gebracht, mich zu öffnen. Du hast mir das Gefühl von Sicherheit gegeben. Und dann hast du mich weggeworfen. Oh. Oh, nein. Es scheint, dass diese Katze ein Kuchen zu kippen haben. Nee, nicht schon wieder kämpfen. S, S, F, W, W. W, E, D. Ah, meine Fresse. Den brauch ich gar nicht mehr versuchen. Lon, S, Q, S, S, E, D, W. Oh, fuck. Dicke Finger. Ich krieg gar keinen Bock dann drauf, man. Scheiß Pflaster. S, S, E, D, W. C, W, A, C, D, W, Q, W. Oh, hey. Ähm. Ja, anscheinend rennen wir wieder weg. X. Äh, ja, fuck it. Ich fahr dann ab, bis ich die ohne Zeitdings krieg. So schnell bin ich nicht. X und W. Ich würde einfach wieder ein bisschen fauchen. F, C, äh, A, Y, X, W. Was war das denn für eine Scheiße? Sollte ich die gerade angreifen? Was? Ja, nö, danke. Mach ich nicht. Mach ich nicht mit Zeit. So schnell bin ich nicht. Jetzt darf ich. S, W, C, F, C, E, F, C, E, W. Als ob. Komm zurück, um mich hier zu stellen. Denn jetzt bin ich mutig. Mutig genug, um zu wissen, wo mein Platz ist. Mutig genug, um meinen Wert zu erkennen. Na, dann kommen wir mal wieder zurück, wa? Und zu sagen, dass das, was wir getan haben, falsch war. Ja, dann... kommen wir mal wieder zurück. Zurück kommen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der dann wahrscheinlich letzten Folge von Copycat. Ciao. Ciao.